Yoga ist seit über 40 Jahren eines der ganz grossen Themen, die das Leben von Myrta Leutdolf prägen. Seit 20 Jahren hat sie sogar auch ihr eigenes Yoga-Studio, BrambergYoga.ch, wo sie bei ihrem sehr anspruchsvollen Job bei einer internationalen Firma auf und immer weiter ausgebaut hat. Myrta, ich finde deine Geschichte unglaublich spannend. Mit dir möchte ich unbedingt über das reden. Wie ist das entstanden? Wo ist die Leidenschaft entstanden auf dem Yoga? Ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir auch ein breites Publikum von deiner Geschichte, von dir selber, aber auch vom BrambergYoga zum Yoga selber teilhaben können. Herzlich willkommen, schön bist du hier. Myrta, ich habe es gesagt, Yoga ist eine grosse Leidenschaft von dir seit über 40 Jahren. Wie ist das dazukommen? Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier vor laufender Kamera meine Geschichte erzähle. Yoga ist mich eigentlich angehumpelt, wie, ich weiss nicht, wie man dann sagt, die Mutter zum Kind. Jedenfalls, ich bin als ganz junge Frau auf Luzern gekommen. Ich komme vom Land, also ich bin im Kanton Luzern, aber auch vom Land aufgewachsen. Und durch meinen Job bin ich dann halt relativ früh in die Stadt gekommen. Ich habe niemanden gehabt, in dem Sinn, der bei zu Hause einfach ein grosses Geschwisterter umfällt. Und der Zufall wollte, dass eine Arbeitskollegin dort einmal ins Yoga ging, bei der Frau Marie-Antoinette Rascht, selig. Und sie hat mir einfach mal so gesagt, du, ich gehe ins Yoga, komme doch auch und ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was Yoga ist. Also, ich habe es wirklich, glaube ich, noch gar nie gehört gehabt. Aber mich hat das interessiert in dem Sinn, dass ich gedacht habe, ja gut, dann habe ich am Abend schon mal einen Fixpunkt. Dann habe ich etwas los und bewegt habe ich mich immer gerne. Ich war immer ein Bewegungsmensch gewesen. Und so hat das eigentlich gestartet. Ich bin dort wöchentlich in den Unterricht gegangen. Meine Kollegin ist relativ schnell wieder ausgestiegen. Ich kann mich an Grunde nicht mehr erinnern. Aber ich habe dann das einfach so allein oder für mich so weitergezogen über viele, viele Jahre. Und wie es entstanden ist, dass es mich so immer begleitet, ist wahrscheinlich schon, dass es, man kann fast sagen, es hat mich wirklich von Anfang an wie gepackt. Es ist etwas gewesen und ich gemerkt habe, dass das tut ihr gut, in erster Linie. Aber es hat mir auch einfach geholfen, mich als junge Frau ein wenig zu stabilisieren, ein wenig zurechtzufinden. Weil ich war in der Ausbildung, ich war in der Stadt, ich war von zu Hause noch vorgesehen. Es hat mich wirklich einfach so geerdet und es hat mir gut getan. Und ich habe mich jeden Tag gefreut, wieder zu gehen. Und da muss ich vielleicht auch noch sagen, eben, das waren die wöchentlichen Unterrichtsstunden. Und zumal hatte man kein Handy, WhatsApp oder SMS zum Abmelden. Aber unsere Yoga-Lehrerin hat sehr grossen Wert darauf gelegt, dass wir sich dort abmelden. Und dann musste man auf Telefon beantworten. Und es war einfach so eine Autorität, ohne dass sie das ausgesprochen hat natürlich. Aber sich abzumelden, das hat schon etwas, also diesen Schritt musste man schon machen. Ich möchte damit sagen, man war dort im Kurs angemeldet und man ging. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Also einfach diese Struktur, das Verlässliche, das hat stattgefunden. Und es war so, das hat mir sehr zugesagt. Jetzt ist ja, also in den 80er Jahren ist ja auch die Aerobe-Quelle durch die Welt durchgeschwappt und so weiter. Und bei dir war es aber Yoga. Du hast gesagt, mich hat Struktur, mich hat auch die Disziplin in dem Sinne gefallen. Es hat dir ja auch eine Struktur gegeben, weil du ja quasi auch ein wenig allein warst. Aber du hättest ja auch eine Aerobe-Quelle. Aber nein, du bist Yoga. Und offensichtlich, wenn man dir ja zuhört, hat dich das von Anfang an gepackt. Jetzt neben diesen Punkten, wo du schon gesagt hast, ist das Thema Yoga selber, der Inhalt. Was hat dir sonst noch so viel gegeben, als du das seit über 40 Jahren machst? Weil in den 80er Jahren Yoga, das ist ja nicht so bekannt gewesen. Was hat dich von Anfang an dann neben diesen Punkten noch so gepackt an dem Yoga und nachhaltig gepackt und gepackt dich heute immer noch oder fasziniert? Ja, es ist natürlich schon sein Leben. Es ist die körperliche Betätigung. Es ist das mit dem Körperschaften. Aber auch die Wahrnehmung, die sich dann halt verändert mit der Übung. Das ist wirklich so. Die Körperwahrnehmung verändert sich, wenn man regelmässig Yoga macht. Und es ist halt auch der spirituelle Aspekt, der mich schon gepackt hat. Also ich bin immer vorsichtig, wenn ich das so sage. Weil ich bin nicht die, die auf Wolken 7 davor schwebt. Du hast es gesagt, ich bin auch sonst noch jetzt das Leben lang in einem Unternehmen tätig gewesen. Also ich kenne auch eine andere Seite. Aber ich glaube, es ist eben genau das, was mir dann den Ausgleich ermöglicht hat oder gegeben hat. Dass ich auf der einen Seite das Ruhige, Spirituelle in mir innen ein bisschen antasten oder herausfinden. Und auf der anderen Seite, dass es mir eben ermöglicht hat, auch im Alltag dann so durchs Leben zu gehen. Und relativ ziemlich gut durchs Leben gegangen bin, kann ich schon sagen. Ja, das habe ich mit dir kennengelernt. Also mit der sehr gesunden und straight-on Lebenseinstellung. Da kann man eigentlich auch wirklich sagen, dass das eben, du bist in einem sehr dynamischen Umfeld gewesen. Eben international. Da muss es schnell gehen. Und es ist zum Teil auch eine andere Sprache. Hektisch mag sein. Also hat dir das Problem dann sowohl körperlich, aber auch mental in dem sind auch ausgeglichen. Du hast die Energie wieder auch gegeben oder eben auch die Basis gehabt für deine Energie, die du dann wirklich gebraucht hast in dem internationalen Umfeld. Du hast mir einige Mal erzählt, dass das unglaublich auch dich gefordert hat in dem Sinne auch zeitlich. Und da kann man sagen, also das Yoga hätte dich dann eigentlich immer wieder auf eine Basis, auf eine Ebene gebracht, wo du die Kraft und die Energie auch gehabt hast. Um eben eigentlich jahrzehntelang in dem internationalen Umfeld auch zu bestehen. Absolut, ja. Absolut. Weil das internationale Umfeld ist natürlich das andere, was mich immer fasziniert hat. Ich habe das sehr gerne gehabt. Ich habe gerne gesprochen. Ich bin gerne mit Leuten zusammen mit anderen Mentalitäten, mit anderen Lebensansichten. Und das hat mir schon auch immer sehr gut gefallen. Und das Business an der Tür sich. Also das muss ich schon sagen. Ich bin gerne dort dabei gewesen. Und ich bin gerne ein wenig am Puls von Geschehen. Das habe ich immer super spannend gefunden. Und dann ja genau eben der Ausgleich. Und das haben mir Arbeitskollegen, Kolleginnen und Kollegen auch wieder gesagt. Also das merkt man einfach bei dir. Ich habe das vielleicht nicht gerade so wahrgenommen. Weil ich habe manchmal gemerkt, ich bin auf 100.000 oben. Aber trotzdem, auf mein Umfeld habe ich immer sehr geerdet gewirkt. Und auch ruhig. Und eben, wenn ich auch den Gang hintergesprungen war wegen einem Telefon oder so. Man hat mich halt so gekannt. Ich bin spätig unterwegs. Aber das hat nicht geheiss, dass ich jetzt da irgendwie eben so flatternd oder total neben den Schuhen unterwegs gewesen wäre. Also das ist ganz sicher das Yoga, das das bei mir ermöglicht hat. Ja. Vor gut 20 Jahren hast du dann den Entscheid gefällt. Ich gebe das, was ich aus dem Yoga schöpfen kann. Das gebe ich auch weiter. Du hast ein eigenes Yoga-Studio gegründet. BrambergYoga.ch Aber auch schon vor über 20 Jahren. Dort hat es glaube ich noch nicht so wahnsinnig viele Yoga-Studios gegeben. Was war da der Grund? Was war da der Antrieb für dich? Jetzt gebe ich das weiter. Jetzt unterrichte ich das. Jetzt bilde ich mich weiter. Und zwar, du hast dich sehr weit und fundiert. Weiterbildet. Also auch bei internationalen Lehrern. Du bist auch zertifiziert und so weiter. Was war der Antrieb? Jetzt sage ich, ich gebe es weiter. Und ich mache es auch da wieder in der Tiefe und Richtung. Das kommt wirklich aus den ganz Anfang von Yoga, als ich in den Unterricht gegangen bin. Dass ich gemerkt habe, dass das einem gut tut. Wie das einem eine Struktur geben kann. Wie man das ausgleichen kann. Und es ist einfach das gute Gefühl. Ich nenne es immer so. Das ist das gute Gefühl, das ich in mir selber gespürt habe. Dass ich das Gefühl habe wollen, dass irgendjemanden weiterzugeben. Da kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass, als ich ganz jung, noch in der Schule war, dass ich eigentlich gedacht habe, dass ich Primarlehrerin werden wollte. Und das kam dann nicht so aus verschiedenen Gründen. Aber dann habe ich wieder gemerkt, ich glaube, das ist auch etwas, was in mir drin ist. Ich würde gerne mit Leuten zusammenarbeiten, ohne zu missionieren, aber etwas weitergeben. Das habe ich gespürt. Und es ging dann halt ein wenig lang, bis ich dann die Ausbildung angefangen habe. Aber das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch so gebraucht. Weil heutzutage ist es, glaube ich, auch anders in den Yogaschulen. Aber trotzdem haben sie auch sehr Wert darauf gelegt, dass jemand schon etwas, wie soll ich sagen, etwas greift ist. Also es ist nicht so gewesen, dass der Ruf bis hatte, dass noch die Hausfrauen sich jetzt irgendwie auch noch selbst finden müssten, dass sie diese Ausbildung gemacht haben. Aber es ist wirklich auch darum gegangen, dass man das unbedingt wollte, dass man die gewisse Reife hat, dass man sich auch bewusst ist, was es braucht, um die vier Jahre durchzustehen. Weil noch einmal, es verändert viele einen. Es ist eine riesige Lebensschule. Und ich bin dankbar, habe ich das gemacht. Für mich war das das Beste ever. Und dann, ja gut selber unterrichten. Ich bin auch dort wieder in dieser Schule. Ich war auch die Einzige, die weder pädagogischen Hintergrund noch medizinischen. Ich bin einfach vom Büro gekommen. Und das hat mich auch total gefordert, natürlich. Ich habe z.B. Anatomie gebüffelt. Ich weiss nicht wie viel. Ich mache es immer noch. Und dann zu unterrichten. Du musst dich ausweisen, dass du schon unterrichtest. Du hättest gar nicht an die Praktische Prüfung gehen können können. Das heisst, spätestens nach drei Jahren, musste ich versuchen, so eine Gruppe aufzubauen. Und einfach ein paar Lektionen gegeben. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe etwa neun Monate im Voraus, eine kleine Gruppe übernehmen können. Ich war damals in der Migros. Und das war so mein Einstieg. Und heute finde ich ja ganz viel schichtig auch Menschen zu dir in das Yoga. Jetzt kennen wir ja auch eben genau auch Menschen zu dir in das Yoga, die eben auch den Ausgleich suchen zu einem stressigen Alltag. Ich glaube, das sind auch die, die du vermutlich am allerbesten verstehst. Weil das auch deine Motivation, deinen Antrieb gewesen ist. Wer kommt sonst noch so zu dir ins Yoga? Oder wer spricht mehr an? Wer soll sich hauptsächlich angesprochen fühlen, wenn man das Thema Yoga ausgleichen usw. Jedermann ist willkommen. Das ist mal das Grundprinzip von mir. Ich muss aber schon sagen, dass ich natürlich in erster Linie Frauen anspreche, wo, wie du sagst, im Alltag gibt es. Sei es in der Familie oder sei es im Job. Ich habe Frauen, die mich seit ewig langen Jahren begleiten, die auch jetzt über das Pensionsalter raus zu mir kommen. Grundsätzlich ist es ein Querbeet. Aber ich merke schon, die ganz Jungen kommen vielleicht in die Probelektion. Aber die wenigsten bleiben hängen. Also ich würde sagen, so Ü40, das ist eigentlich so meine Zielgruppe, die ich habe. Nicht, dass ich die wirklich, ich möchte das wirklich sagen, ich spreche die nicht explizit an. Es ist jedermann willkommen. Aber es sind einfach die, die sich dann auch von mir angesprochen fühlen, meine Persönlichkeit vielleicht schätzen oder die Empathie gespürt, wo die Jüngeren halt noch etwas anders unterwegs sind zum Teil. Ja, das gibt ja, glaube ich, auch nachhaltige Verbindungen. Wenn man merkt, es ist auf der einen Seite die Materie, der Ausgleich, den ich suche, aber auch ein Umfeld, das ja geprägt wird auch von der Person, die das Yoga gibt. Also du, man sich auch irgendwo damit identifizieren kann, man sich daheim fühlt. Ich glaube, das ist ja auch die Basis für nachhaltige und langjährige Beziehungen. Oder eben Schülerinnen und Schüler, die ja, wie du sagst, seit Jahren zu dir kommen. Absolut, ja. Was ist bei dir, oder was ist eines von deinen Rezepten gewesen? Du bist ja, man kann sagen, als sogenannte Side-Springerin. Hast du das gemacht? Also du hast einen anspruchsvollen Job im internationalen Umfeld und hast jetzt seit über 20 Jahren als Yoga-Studier, neben deinem anspruchsvollen Job. Wie hast du das können sicherstellen, dass das funktioniert hat, also auf diesen zwei Gleisen zu fahren, beide mit Leidenschaft zu machen? Und das hast du, das weiss ich. Und die beiden haben auch so viel geben können, dass es in deinen Ansprüchen auch gerecht wurde und auch in den Ansprüchen von uns. Wie hast du das sichergestellt? Also ich hatte sicher Glück, dass ich ein super Umfeld hatte, das mich da geträgt hat. Also das ist einerseits meine eigene Familie, aber auch vor allem der Arbeitgeber, die das sehr geschätzt hat. Und das immer wieder betont hat, auch wenn ich, ich habe dann 80 Prozent gearbeitet durch das. Und es hat wirklich Zeiten gegeben, wo ich das Gefühl hatte, dass es jetzt einfach wirklich nicht mehr drin liegt. und ich möchte einfach auch gleich authentisch bleiben, weil es manchmal Momente gab, wo ich auf der Matte gesessen bin und gesagt habe, lasse alles gehen oder loslassen. Und selber war ich so verstrickt im Kopf, dass ich dachte, also das ist jetzt einfach nicht mehr ganz so das, was ich will. Und dann habe ich manchmal gedacht, wenn es halt nicht mehr geht, dann gehe ich zurück auf 100 Prozent. Aber das war ein No-Go. Es hat geheiss, das ist genau das, was dich ausmacht. Also es ist sicher die Unterstützung auf allen Seiten gewesen. Und immer wieder, ich nenne es Yoga-Feuer in mir, wo einfach wieder aufgepflanzt ist, wenn es auch manchmal auch auf tiefer Flamme gebronnen hat. Aber wenn es darauf und dran kam, ist das so wie ein Booster gewesen. Und dann habe ich das wieder so aufnehmen können. Und ich bin dankbar, weil meine Lebenssituation hat sich jetzt geändert. Ich bin seit Anfangsjahren in Frühpension. Und ich ziehe jetzt das weiter. Und für das finde ich, ist das toll. Jetzt habe ich weiterhin einen Job, auch nicht im Pensionsalter. Das finde ich toll. Absolut. Und auf das möchte ich dann nachher noch sehr gerne sprechen, Mirta. Also wenn ich dich richtig schaffe, das ist sicher mal das tiefe Inneren für die Leidenschaft, für das Thema, wo wir dafür stehen. Und zwar vermutlich auf beiden Seiten. Aber auch ein Umfeld, das das wohlwollend mitträgt als solches. Dass man halt eben als Zeitpreneurina auch, ich sage immer, auf beiden Hochzeiten tanzen kann. Und dass beide Hochzeitsgesellschaften oder Gäste happy sind. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch neben dem angestandten Job etwas aufbauen oder in ein Thema hineingehen, neben diesen Punkten die Leidenschaft bewahren, das Umfeld einbeziehen können. Was erachtest du auch noch als Wichtiges? Was würdest du dir so eine Person jetzt noch raten, aufgrund von deiner über 20-jährigen Erfahrung? Ja, also ich weiss, gerade das internationale Business ist natürlich viel strenger geworden. Also es brauchte sicher eine riesen Disziplin, so etwas durchzuziehen. Das glaube ich schon. Es braucht Finanzen. Die Ausbildungen sind nicht günstig. Es braucht halt einfach Zeit. Und es braucht ein riesiges Engagement. Jemandem würde das raten, würde ich jederzeit. Aber er muss sich wirklich einfach bewusst sein. Es ist kein Sonntagsspaziergang. Das würde ich schon sagen. Aber wenn man etwas so will, es ist unglaublich so, wie viel man fähig ist. Also ich glaube, das hast du selber schon manchmal auch erlebt. Also es ist einfach sicher der Antrieb, aber es braucht halt einfach auch, sich halt immer wieder darauf zu fokussieren und zu sagen, ich will das, ich habe das angegangen und jetzt ziehe ich das durch. Und so gut es geht, durchzuziehen. Man kann scheitern, das ist auch okay. Aber wenn es geht, würde ich versuchen, das so durchzuziehen. Toi, 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 ich habe auch noch eine Probiere. Ihr könnt jetzt sicher das eine oder andere mit auseinandernehmen. Ich glaube, wenn es eine konkrete Frage hätte, darf ich dir sicher auch ein Mail schreiben. Gerne! Das ist absolut erfüllend. Es braucht Energie, man zahlt seinen Preis. Aber ich glaube auch, wenn man sich einmal sagen kann, ich habe die Antwort, ob es jetzt klappt hat oder nicht, bringt einem das mehr, als man sich ein Leben lang hat die Selle oder nicht. Ja. Und du weisst nur, was du nicht kannst, wenn du es probiert hast. Solange du es nicht ausprobiert hast, weisst du es halt einfach nicht. Ganz genau. Du hast die Antwort bekommen. Du hast die Antwort bekommen. Du hast sie schon lange bekommen. Sie ist positiv ausgefallen. Und zwar so positiv, dass du jetzt eben, wie du anstönt hast, nicht im Ruhestand bist, sondern du hast gesagt, nein, ich gehe nicht in Ruhestand. Ich gehe in wohl gemeint Unruhestand. Du hast dich dieses Jahr entschieden, ich mache jetzt einen kompletten Relaunch von BrambergYoga.ch. Das ist fast ein Primär, wie man jetzt so sagt. Du hast seit guter Woche eine absolut neue Webseite. Du hast Kürze gefahren in diesem Sinne. Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich war lange im Berufsleben, ich habe das lange gemacht, ich mache das auch weiter. Du hast nicht gesagt, es war jetzt schön, aber jetzt Ruhestand. Das ist wahrscheinlich auch in erster Linie ganz natürlich, dass Ruhestand, ich kann nicht Ruhe in diesem Sinne. Das klingt jetzt vielleicht schlecht, wenn ich das als Yogalehrerin sage, aber es ist nicht so gemeint. Es ist einfach, dass ich gerne eine Aufgabe habe. Yoga gibt mir Struktur, das habe ich auch gesagt. Und ich arbeite gerne mit Leuten zusammen. Das war für mich von Anfang an klar, dass ich das mal weiterziehen wollte. Ich habe als zweites Standbein aufgebaut. Es war auch nicht der Plan, dass ich so lange noch arbeiten würde. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde schon früher voll aufs Yoga setzen. Dann hatte ich aber einen Job, den ich gerne gemacht habe. Und wie ich mir gesagt habe, das hat alles gut funktioniert. Und darum habe ich es jetzt so lange weitergezogen. Der Relaunch der Webseite, der war absolut nötig, weil meine alte Webseite ist jetzt auch zehn Jahre gewesen. Und die ist technologisch nicht auf dem... Also die hat einfach nicht mehr vertappt. Das hat man dringend machen müssen. Das ist auch etwas gewesen, das ich mir gesagt habe, wenn ich dann nicht mehr arbeite. Das ist mal das erste Projekt, das ich angehe. Und dann ist jetzt aber auch noch zusätzlich die Digitalisierung gekommen, durch die Pandemie. Ich biete Yoga noch direkt auf dem Livestream an. Genau. Ja, das ist ja noch ein wichtiges Thema. Also ich mag mich erinnern, du bist natürlich auch betroffen von der Pandemie. Also gehörst du nicht gestoppt werden. Und ich mag mich erinnern, du hast dann sehr, sehr schnell reagiert, hast einen YouTube-Channel hochgefahren, hast gestreamt in dem Sinne. Und man kann ja heute... Und ich glaube, das ist auch ein grosser Vorteil, eben gerade du, wo ja Kundinnen und Kunden hast, wo aus einem dynamischen Umfeld kommen, die können vielleicht halt auch nicht jedes Mal kommen. Genau. Im Homeoffice und können nicht weg. Aber die können dann eigentlich live von zu Hause, können die digital, also per Livestream, die Yoga selbst mitmachen. Sie können es aber auch nachschauen, weil das wird dann auch aufgenommen und so weiter. Und hast eigentlich so quasi wieder geschlossen und auch irgendwie einen Schritt in die Zukunft machen können. Kann man sagen, da ist Corona ein bisschen erschossen gewesen? Also zuerst war es natürlich ein Schock gewesen. Für alle anderen auch. Und eine Chance, ja, im Nachhinein schon. Zuerst habe ich es halt einfach gemacht, weil es keine andere Möglichkeiten gab. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass man das auch als Side-Business anbieten kann. Und ich bin sehr erstaunt, wie viel das, obwohl wir jetzt wieder Präsenzunterricht geben dürfen, ohne Einschränkungen, wie viel das sagt, ja, du, nein, für mich ist das gut. Ich bleibe zu Hause. Ich mache es über einen Livestream. Es hat wie beides. Also irgendwie ist es für mich gut. Ich kann die Leute behalten. Sie haben die Möglichkeit, das zu Hause zu machen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich die Interaktion. Und das leidet schon ein wenig. Und jetzt hoffe ich, dass vielleicht mehr und mehr die Leute so weit würden, dass sie vielleicht mal eine Woche, zwei ins Studio kommen und dann sagen sie wieder, die nächste zwei Wochen habe ich Homeoffice. Dann komme ich nicht. Dann komme ich gar nicht. Das wird sich weisen. Aber ja, es ist eine Chance, nur letztendlich, ja. Und so bist du in dem Sinne sowohl vor Ort, also analog im Studio, aber auch natürlich digital online erreichbar. Sicher ein riesiger Vorteil, gerade jetzt auch, was deine Kundschaft ja betrifft. Und ja, du gibst ja auf der einen Seite zu fixen Zeiten G-Studio-Glektionen, man kann dich aber glauben, korrigiere mich auch buchen, als Firma, ob ich das richtig verstanden habe. Und zwar in Deutsch und in Englisch. Ist das korrekt? Das ist ja so, ja. Das ist ja so. Also, wenn sich jemand angesprochen fühlt, so eine Gruppe in einer Firma, die ganze Logistik wäre dann auch abzuklären, aber grundsätzlich bin ich natürlich sehr bereit, ob Deutsch oder Englisch. Ja, würde ich sehr gerne machen. Mhm. Also, es geht auf jeden Fall weiter, und zwar in einem ganz klaren, nicht Schnellzugstempo, sondern in einem klar koordinierten und gut aufgestellten Tempo, so wie man das von dir kennt. Und bei dir über, was man auch erwartet. Und das ist ja das, was, glaube ich, beim Yoga ganz wichtig ist, dass man dann halt die Ruhe, die Ausglichenheit, und eben auch die Qualität, neben der menschlichen Qualität, dann eben auch die fachliche Qualität, die dich rüberkommt. Du bist zertifiziert, du bist Krankenkassen anerkannt, auch, habe ich gesehen. Und ja, wenn ihr jetzt, wo ihr das hört seid, euch angesprochen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, mal, ich bin immer im dynamischen Unfall, oder mal, einfach ausgeglichen, körperlich, mental, das kann ich brauchen, dann sind bei mir die Leute sicher am richtigen Ort, wenn ihr Firmeninhaber seid, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann könnt ihr mal etwas Gutes tun, nehmen wir mit mir da Kontakt auf. Ich bin ganz sicher, sie wird dort sehr, sehr viel Dynamik, aber auch Ausgleich in die Firma reinbringen, wenn ihr sie mal buche, für ein, zwei oder drei oder vielleicht sogar mehrere Yoga Lektionen. Mir da ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit uns deine Geschichte teilt hast, auch eben deine Geschichte, wie du in einem internationalen, stressigen, dynamischen Umfeld und das Gleiche, ein Side-Business aufzogen hast, erfolgreich aufzogen hast, über 20 Jahre. Es ist immer interessant, wenn wir uns unterhalten, es kommt immer wieder Neues und Spannendes zu mir erzählen. Und ja, das letzte Wort, das gehört immer meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern und das möchte ich jetzt auch dir geben. Was gibst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Schluss noch mit? Also, ich danke vor allem allem noch einmal ganz herzlich für diese Gelegenheit, die ich jetzt hier vornehmen konnte. Ich wünsche einfach in allem alles Gute. Es ist eine schwierige Zeit. Ich bin immer noch, also ich denke, wir haben die Pandemie noch nicht überstanden. Ich wünsche allen alles Gute. Und ja, hoffentlich noch ein schöner Herbst wegen verregneten Sommer. Aber sonst, ja, einfach haben Sie es gut. Machen Sie es gut. Danke vielmal, Mirta. Und an dir alles, alles Gute. Danke vielmal.